Springst du? Okay. Du zur Rampe 53 und wenn du fertig bist, kommst du wieder. Gut, dass du kommst an. Ich wollte dich fragen in der Sendung, die gerade verzollt, ist aber laut System beschädigt. Wie machen wir das jetzt? Das Bild schickst du mit der DD-Nummer an die Zollabteilung, dann mit der Etikette ankleben und die Palette auf den Püfen. Dafür vorgesehen einen Platz überstehen. Okay, passt. Danke. Danke. Thank you. Bis zum nächsten Mal.